Herzlich Willkommen bei der Thorsten Schrimper Unternehmensberatung in Essen. Sie sind Existenzgründer und beabsichtigen, in der nächsten Zeit Ihr Unternehmen zu gründen? Dann stellen Sie sich sicherlich viele Fragen. Brauche ich einen Businessplan und wenn ja, was gehört hinein? Wie komme ich an eine Finanzierung für mein Unternehmen und wie bereite ich mich optimal auf das Bankgespräch vor? Wie komme ich an Kunden und wie erarbeite ich mir ein Alleinstellungsmerkmal? Wie betreibe ich eine aktive Risikovorsorge und welche Rechtsform ist überhaupt die richtige für mich? Mit über 20 Jahren Beratungserfahrung in der Steuer- und Unternehmensberatung kann ich Ihnen helfen, Ihre individuellen Fragen zu beantworten und Ihnen zeigen, wie Sie erfolgreich gründen. Nehmen Sie Kontakt zu mir auf und ich lade Sie zu einem kostenfreien Erstgespräch in meinem Büro ein. Herzlichen Dank, Ihr Thorsten Schrimper Schrimper